Und innerhalb von 20 Minuten 21-21 Bekantwagen abzuhalten. Ein Tiger-Röden ein bändiges Bekantwerter gemacht. Das Mann, als dieser Kräger-Röden hat heute wieder eine seiner Meisterschiffe geleistet. Juni 1944, der Sieger gut getan. Die britische Panzereinheit wurde nicht gewahrt. Sie schießt vor mein Kar, hält mir wieder vor Karsch. Sie wusste nicht, dies war ihr letzter Vormarsch. Auf Höhe des Tigers wurden sie attackiert. Und ein britischer Schütze-Panzer explodiert. Der deutsche Panzerkommandant zeigt sich jetzt mit Vollgas voraus. Wohnt das Panzer hier uns zerrt. Ein Reichslauen schlug seine große Stunde. Mit was Helms hatten noch heute in aller Runde. Seine Tapferkeit und Mut machte in diesen Lohn. Heiß gelaufen, schwer verpfühlen, Kampf um die Nation. Ein Reichslauen schlug seine große Stunde. Mit was Helms hatten noch heute in aller Runde. Seine Tapferkeit und Mut machte in diesen Lohn. Heiß gelaufen, schwer verpfühlen, Kampf um die Nation. Wenn man einfach Feuer und Fass im Sekundentakt. Beim Anblick des Tigers, die bricht er nie als Prax. Viele Kampfanzeige von ihnen zerstört. Für seinen Einsatz hat man ihn geerbt. Mit dem Panzer allein gegen ein Bataillon. Er war ein Held für die ganze Nation. Sein Torant beeigenschaften, sinnvoll zu trennt. Kaum einer der. Michael mit einem Kämpfer. Heiß gelaufen, schlug seine große Stunde. Mit was Helms hatten noch heute in aller Runde. Seine Tapferkeit und Mut machte in diesen Lohn. Heiß gelaufen, schwer verpfühlen, Kampf um die Nation. Heiß gelaufen, schlug seine große Stunde. Mit was Helms hatten noch heute in aller Runde. Seine Tapferkeit und Mut machte in diesen Lohn. Heiß gelaufen, schwer verpfühlen, Kampf um die Nation. Prof. Dr. Rittmann hat heute innerhalb von 20 Minuten 21 Minuten Anzeig abgetauscht und dafür ein SGB-Katallon verbreitet. Der Kopp, alle begab sich in größte Gefahr. Er und seine Mannschaft waren im Zulner. Vergebotigt sein Einsatz gegen die Übermacht. Trotz dem Risiko hat man den Tod ins Gesicht gelassen. Der Kopp, alle begab sich in größte Gefahr. Er und seine Mannschaft waren im Zulner. 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 Er und seine Mannschaft waren im Zulner.